Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gera, heute ist Dienstag, der 24. März und wie Sie es gewohnt sind, melde ich mich, um Ihnen einen aktuellen Überblick rund um die Coronavirus-Lage in der Stadt zu geben. Heute, und Sie sehen es am Hintergrund, bin ich in der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera mit Sitz hier in Gera und spreche gleich mit dem Geschäftsführer Herrn Scholz, aber auch mit dem Leiter und Geschäftsführer des Jobcenters in Gera, weil ich denke, viele Fragen werden Sie bewegen und werden Sie interessieren, wie geht es vielleicht aus Sicht des Arbeitgebers oder auch als Arbeitnehmer oder freiberuflich in den nächsten Tagen und Wochen mit Ihnen weiter. Aber zu Beginn, auch aus aktuellem Anlass, mit Blick auf das Video vom gestrigen Tag, es hat für etwas Verwirrung gesorgt, möchte ich noch mal eins gleich zu Beginn präzisieren. Es geht um die Reduzierung sozialer Kontakte. Wer soll, kann, darf, auf die Straße gehen, mit wie vielen Personen. Grundsätzlich gilt, wir reduzieren nach größtmöglichem Maß bitte jeglichen sozialen Kontakt. Das heißt, wenn Sie einkaufen gehen möchten, bitte möglichst alleine, natürlich, wenn Sie kleine Kinder in der Betreuung haben, können Sie die mitnehmen, wenn die Kinder sonst alleine zu Hause wären. Aber ansonsten bitte, nehmen Sie die Einkäufe vielleicht für Ihre Nachbarin oder Nachbarn oder Oma und Opa mit. Am besten ohne Begleitung. Wir müssen und wollen die Infektionsketten weiter unterbrechen. Zu den aktuellen Zahlen stand heute Dienstag im Freistaat und in Gera beziehungsweise in Ostthüringen. Die Zahlen im Freistaat sind deutlich angestiegen. Die mir vorliegenden Zahlen sagen, dass wir im Freistaat aktuell 349 bestätigte, positiv getestete, Corona-infizierte Personen haben. Das ist ein Zuwachs um 86. In Gera glücklicherweise immer noch nur die sieben positiv getesteten Personen. Aber wir haben noch eine deutlich große Zahl an ausstehenden Tests, wo wir die Ergebnisse Tag für Tag erwarten. Und die Zahl wird, und davon gehe ich fest aus, auch in Gera noch deutlich steigen. Im Landkreis und in Ostthüringen haben wir insgesamt jetzt 91 bestätigte Fälle. Das sind die Landkreise Altenburger Land, Saale-Holzland, Saale-Orla, Landkreis Kreiz, natürlich wieder inklusive der Stadt in Gera. Aber jetzt zur Agentur für Arbeit und zum Geschäftsführer Herrn Scholz. Ich weiß, die Agentur für Arbeit ist nicht nur zuständig für die Stadt Gera, sondern auch für Ostthüringen bis nach Altenburg. Ich weiß, sie hat Sonderrufnummern eingerichtet, wo Interessierte oder Menschen, die Beratungsbedarf haben, auch direkt hier in Gera herauskommen, also nicht in einem Callcenter landen. Und jetzt mal direkt an Herrn Scholz die Frage. Herr Scholz, ich glaube, das Aufkommen ist im Moment sehr hoch. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die Arbeitgeber an Sie richten? Herr von Arp, die mit Abstand häufigste Frage ist die nach Kurzarbeit. Lassen Sie mich bitte voranschicken. Ja, Jobcenter und Arbeitsagentur haben für den Publikumsverkehr geschlossen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten aber intensiv, um die Fragen, die Sie haben, tatsächlich abzuarbeiten. Bei Kurzarbeitergeld geht es darum, den Arbeitsplatz zu erhalten, weil viele Arbeitgeber haben die Erfahrung gemacht, wie schwer das ist, Fachkräfte neu ins Unternehmen zu bekommen. Und deswegen der Appell, nutzen Sie Kurzarbeitergeld, auch wenn das für die Arbeitnehmer mit geltlichen Einbußen verbunden ist, führt es doch immerhin dazu, den Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Und das ist im Moment, glaube ich, das Wichtigste. Wir sind, Herr von Arp, mit völlig neuen Fragestellungen in Sachen Corona und Kurzarbeit konfrontiert. Das Gesetzgebungsverfahren ändert sich. Wir arbeiten das alles wirklich ab, so schnell es geht. Sonderrufnummer, und das darf ich bitte tun, für Arbeitgeber 0365 857 666 und für Arbeitssuchende, für Arbeitnehmer 0365 857 888. Ganz lieben Dank. Und ich glaube, die wichtigste Information heute auch für die Arbeitgeber ist, um für den Monat März noch Kurzarbeitergeld beantragen zu können, müssen Sie bitte unbedingt bis zum 31. März den Antrag auch bei der Agentur für Arbeit stellen. Denn dann funktioniert es auch rückwirkend für den gesamten Monat. Ich glaube, das ist eine wichtige Information. Stichtag ist der 31. März und ich glaube, viele Informationen hat Herr Scholz Ihnen schon mitgegeben. Und jetzt würde ich mich mal auf den Weg machen und fragen, wie sieht es im Jobcenter Gera aus und mit Herrn Vogel sprechen. So, und jetzt zu Herrn Vogel, dem Geschäftsführer des Jobcenters hier in Gera. Herr Vogel, was ist eigentlich die Aufgabe des Jobcenters? Wer kommt zu Ihnen? Wer ist bei Ihnen? Das liegt schon in unserem Namen. Die Antwort auf Ihre Frage, Herr von Arp, wir sind die Grundsicherungsstelle in dieser Stadt. Also wir müssen gewährleisten, dass unter allen Umständen, komme was wolle, für rund 10.000 Bürger dieser Stadt die Leistungszahlung weiterläuft. Also das sind die, die bisher einen Antrag gestellt haben und im Moment Grundsicherungsleistung beziehen. Das ist unser Hauptjob. Aber ich glaube jetzt gerade in der aktuellen Situation gibt es auch vielleicht gerade den einen oder anderen Künstler, diese ganz, diese Kleinstunternehmen, die oftmals auch nur aus einer Person bestehen, wo die Aufträge komplett jetzt weggebrochen sind, weil keine Veranstaltungen mehr stattfinden und so weiter. Könnten die auch zu Ihnen kommen? Ja, natürlich. Der Name Grundsicherung, ich sage es wieder, beinhaltet auch, dass Personen, die bedürftig sind, und in dem Sinne ist man bedürftig, wenn man kein Einkommen mehr hat, zu uns kommen und einen Antrag auf Grundsicherungsleistung stellen können. Wir bearbeiten diese Anträge so unkompliziert wie möglich, unbürokratisch und bewilligen im Moment vorläufig. Wer also kein Geld im Moment zur Verfügung hat, Kleingewerbetreibende, Künstler, Selbstständige, der kommt zu uns, kann einen Antrag online stellen, kann einen Antrag online herunterladen, ausfüllen, zu uns senden oder aber auch in unseren Briefkasten einwerfen. Er wird dann bearbeitet. Vielen lieben Dank. Und ich glaube, dass es auch gerade für die, deren Existenz wirklich dahingehend bedroht ist, dass sie nicht wissen, wie sie vielleicht nächsten Monat eine Miete bezahlen oder von was sie leben sollen, eine wichtige Botschaft, einfach auf die Internetseite gehen und dort alles Notwendige veranlassen. Ich weiß auch, dass genauso wie in der Agentur für Arbeit, genauso auch im Jobcenter mit Hochdruck daran gearbeitet wird, dass die Anträge schnell und zügig bearbeitet werden können und insofern vertraue ich da auch auf die Leistungskraft. So, das war mal der Blick aus der Agentur für Arbeit und des Jobcenters hier in Gera. Zum Schluss möchte ich noch ein, zwei Botschaften, die auch für Sie interessant und relevant sind, Ihnen mit auf den Weg geben. Wir suchen Helfer. Und zwar, unser Krisenstab möchte genauso gut, wie er bisher vorbereitet war, auch in Zukunft vorbereitet sein. Das heißt, wenn Sie mit einer medizinischen Ausbildung versehen sind und derzeit vielleicht gar nicht berufstätig sind, melden Sie sich bitte unter der E-Mail-Adresse coronahelfer-at-gera.de. Wir möchten jetzt schon einen Pool von Menschen aufbauen, den wir hoffentlich gar nicht benötigen werden, aber dass wir in Zukunft, sollte es der Fall sein, zusätzliche Kräfte mobilisieren können, bitte melden Sie sich unter coronahelfer-at-gera.de. Dann auch noch ein Hinweis, es erreichen uns viele Anfragen von Menschen, die sagen, ich würde gerne persönlich helfen, aber ich habe keine Möglichkeit dazu, sondern würde lieber mit einer Geldspende Sie unterstützen als Stadt, um die Hilfen bestmöglichst zu gewährleisten. Morgen finden Sie eine Veröffentlichung zu einem Spendenkonto, wo Sie natürlich mit Spendenbescheinigung auch Kleinstbeträge spenden können, damit wir alle notwendigen Hilfen auch zügig veranlassen können, um den Menschen zu helfen. Eine allerletzte Information, es wird auch oft mich gefragt, was ist denn jetzt geschlossen und was ist noch offen? Ich möchte mal an der Stelle ganz bewusst auf zwei, drei Berufsgruppen hinweisen oder Geschäftsarten hinweisen, die auch jetzt noch geöffnet haben. Das sind zum einen Reinigungen. Reinigungen sind nach wie vor geöffnet und was auch geöffnet ist, sind medizinische Berufe oder beziehungsweise Berufe im Gesundheitswesen. Das sind Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, aber auch die Ergotherapeuten, die sind nach wie vor geöffnet, immer da, wenn es um medizinische Themen geht. Heute ist der 24. März und ich habe die große Hoffnung, dass wenn wir in neun Monaten, da ist übrigens Heiligabend, wenn wir in neun Monaten unterm Tannenbaum sitzen, dass wir sagen, wir haben gemeinsam in Gera zusammengehalten, wir haben uns solidarisch gezeigt, wir haben die Krise gut überstanden. Und mit diesen Wünschen verabschiede ich mich heute am Dienstag, den 24. März und wir sehen und hören uns morgen wieder. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.